Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf einer sagenhaften Wanderung unterwegs und zwar auf der Traumschleife Liddermonts Sagenweg. Diese Wanderung hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Ich habe auch nicht die Art des Leidens. Ich habe auch nicht die Art des Leidens. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich habe auch nicht die Art des Leidens. Ich habe auch nicht die Art des Leidens. Untertitelung. BR 2018 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 Nach etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Im Herbst muss man da etwas aufpassen, wegen dem nassen Laub, sowie auf den Stegen. Da war es ab und zu doch etwas rutschig. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018